Die Masse Die Masse habe ich gehört von der Bala Masse allein und habe mich gebeten, die Schippe zu suchen, seine Namen. Die Masse und seine Namen pushen, vor sein Covid. Ich wollte sie haben gebeten, um keine Namen, um keine Namen. Sie waren die Jahre, dass sie schon eine Toffe-Schein-Pei beißt, eine heimische Ingemann vom Baupark, aber kommt der Phone-Call und sie sehen, dass sie ein vermischtes Accident. Sie waren ein Schuhfahrer zum Mann. Er läuft hier zu der Gast und er kam dort nun, und die erste Sache sah er dort ein Yanki Mai von der Sascha. Die Beine hat gesagt, er kam nicht auf den Platz, er meint sicher, das ist schon geschehen. Aber ich habe später ausgetroffen, und das Yanki Mai ist auch der Azule-Member und er fußt die Beine von der Azule. Die Beine haben gesagt, Sie sind gespannt, weil wir sind schön herangezogen, und wir sehen, was ist geschehen mit seinem Fies. Wir nehmen zusammen die Ambulanz, und die Beine ist mitgegangen, und wir sind mitgefunden im Spitz. In der Ambulanz und einer von den Männern hat gesagt, dass er kein Fies ist damage for life, und er geht nicht keine Worte machen. Der Mann hat ihn umgehabt, er pacht, und sich müde, er geschrocken. Das heißt, er hat nicht keine Nutzung in seinem Fies. Offen Platz, hat er gemacht, der Kabule, als der nächste Yidus trefft, der wir beten, in den Fatsadokke, gett er ihm 6.000 Dollar. Und er sagt, wie er so sieht aus, 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 und er schreibt er aus 6.000 Dollar, in das Schiss, als er ihn so kennengelernt. Ich habe ihn in den Spatul und er hat ihn in den Spatul mit ihm mit ihm Rache Schäuhe, man ist schön, der mit dem Januar hat er gesagt, dass der Tate, dass der Buche Schäuhe, der Kind zu retten, wie sein Kindes Fies, und er kann ja kennen gehen, an seinem Fies arbeiten. Der Zene ist in den Spatul noch kaputt. Und der Tag, der Tate, der aus dem Spatul war, dass er in den Spatul noch Rache Schäuhe hat er gewonnen, er hat ihn in den Schildern und in einem von den Spatul mit ihm mit Rache Schäuhe Er sagte, dass er das richtige Mann in den Jied schläpt sich mit Bags und er schaffte ihm Geld. Er fragte sich, dass er ein Kind schießt, dass er 6,000 Dollar hat. Ich wollte es besser geben, dass er eine große Organisation mit dem Geld aufzunehmen kann. Man kann es nicht so sagen, dass er das Geld nicht mit dem Stamm aus dem Jied. Als er das Jied ergeben hat, wenn er 10, 15, 20 Jahre hat, als er 6.000 Dollar zu geben will ich nicht. Er hat einen Schafen Geld und hat die Hand gelegt. Er schießt dann die Engelmann, der Mann fragt, oh, das ist ein Schemmisch, ich will ihm schafen das Geld. Einen Nachmittag trefft er eine Mohr, er fragt, wir sind für die Großorganisation. Er fragt, oh, das ist der ganze Mensch! Ich habe mir gesagt, ob Geld ist. Und ich kann sagen, ich hätte 6.000 Dollar, ich hätte sich freien. Er schmies mit seinem Khabar, er schmies von beiden 12 Minuten. Im Pink Day einmal, nicht einmal hat sein Khabar im Gebeten für Geld. Er weiß, ob er sich doch, ob er sein Khabar schmies wegen DOS, wegen Jens, wegen der Wetter, wegen den Eis, gut nicht wegen kein Geld. Fein, wo es Kementine ist, nicht gebeten für Geld, sondern Kaboul ist geweint, der erste Mensch, was kommt, sie in den Bett war zu drucken. Und er nimmt seinen Talusbapel, und er schreit schon mit dem Tier, und dort sitzt der oren Mann auf dem Milchkastel. Und wie nur der in dem Mann, wo er da ist, steckt der oren Mann seine Hand, und er sagt, er wird nie zu drucken. Und der Mann schreit dort, und war Freude in seinem Platz. Und ich, er muss ihm geben, 6.000 Dollar. Er sagt, der oren Mann, geben wir die Information, dann Nummer, dann Address, dann Telefonnummer. Und ich werde euch schicken, ein Check. Ich werde euch herüberbringen, ein Check. Der oren Mann hat sich nicht mehr schreien, schickt mich nicht keine Checks. Jede Mühl, ich treffe er bis ein Gewier, sollt er mich geben, ein Check. Zum Zag, man kann mir kaum noch sein Geld. Geh mich an Dalle und geendet, ich gehe es an zu verlieren mit der Dalle. Der oren Mann sagt, nein, 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 nein. Ich werde euch bringen, ein Check. Fein. Der oren Mann, gebt ihm seine Information, er schreibt erop, alles. Und ein paar Tage später, kommt der oren Mann zu der oren Mann daheim mit einem Check für 6.000 Dollar. Er klappt auf dem Tier, der oren Mann macht auf, nimmt er aus dem Envelope und geht es für den oren Mann. Du hast ihn. Der oren Mann hat sonst gekannt, geliebend. Erste Mal in seinem Leben, was eigentlich ihm gegeben hat, das größte Schindgeld auf einmal. Das ist das mal jemals, von Besminderisch, das hat keiner noch gekannt. Er hat sich gefreit. Er hat sich bedankt für den oren Mann. Er hat sich den oren Mann gehalten, mit seinem Leben, aber es ist eine sehr verdrohene Sache. Er hat sich gesagt, 6.000 Dollar verzudrücken, in dem der Schemtag ist sein Sinn ist gewonnen ausgeheilt. Aber es ist ein geheimnisvoller Mann. Wer weiß, dass der Tipp mit dem Geld das Käufer nicht tun ist. Ich meine, es ist geheimnisvoller Platz, dass man ein Team mit dem Off-Team, eine Organisation, etwas mit auslitzenden Geld auf den richtigen Weg. das ist ein geheimnisvoller Platz, das ist ein geheimnisvoller Platz. 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 Das ist ein geheimnisvoller Platz.